Hallo, Neuigkeiten für die Ozu-Spieler da draußen. Am den Freitag, den 13. findet ein kleines Ozu-Turnier statt. Ich habe mit der Facebook-Fanpage Anmelfuix gerade geredet. Er würde gerne ein Turnier veranstalten am Freitag. Die einzige Voraussetzung beim Turnier mitmachen ist, dass man die Fanpage liked. Sie findet den Freitag, den 13. statt um 20 Uhr. Wer mitmachen möchte, ich glaube, da gibt es kein Problem. Man muss auf die Fanpage liken. Den Link schiebe ich nochmal in die Beschreibung reingeben, damit man auch hinfindet. Und ja, wer gerne mitmachen will, kann gerne mitmachen. Es sollte mindestens 5 Personen sein, weil es unter 5 Personen wird das Turnier nicht standfinden. Das sage ich gleich. Freitag, 13. 20 Uhr, ja, habe alles gesagt. Ich kann bei dem Turnier nicht mitmachen. Ich habe am Freitag leider schon was vor. Ich habe gerade heute erfahren, oder gestern, dass das Turnier stattfindet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr bei dem Turnier mitmacht. Und ja, jetzt nur eine kleine Info von mir einmal. Und ja, man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.